Du Pussy! Ich hab mir Assi am Daumen geraget. Ich hab mir Assi am Daumen geraget. Aaaaaah! 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 184 gilt es zu toppen, also da muss ich mir jetzt echt was einfallen lassen. Wie ich die 184 auf die Uhr hole. Simon, guter Weltrekordversuch, fand ich auch. Ehrensohn. Wie toppen wir einen 184er? Wie können wir das toppen? Aaaaaah! Hättest du ja mal riskieren können. Wie können wir das toppen? Einen 184er? Alter, lach ich dich aus. Wie toppen wir einen 184er? Ich bin echt am überlegen, wie wir das hinkriegen, Digga. Gejobt, Bruder. Wie toppen wir einen 184er? Alter, wenn er das packt, geh ich baden. Habe ich noch einen Goalie oder irgendwas dabei? Einen Fickfetze? Guter, mehr geht nicht. Äh, Freunde, schreibt mal rein, was ihr im garantierten Pack hattet. Schreibt's mal rein. Scheiße, hat schon gesehen. Da kriegt ihr aber gar nichts. Ich freu euch, ich würde sagen, wir machen noch ein Gewinnspiel. Daumen nach oben da lassen. Abonnent des Kanals sein. Hashtag TeasyArmy. Dann habt ihr jetzt die Chance auf einen 50er VGO Gutschein. Puscht euch! Bist du ein Wichser? Bist du ein Wichser? Das ist ja der Chatchen volles. Was hattest du? Cool, 84er. Wie gesagt, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, Daumen nach oben da lassen. Abonnent des Kanals sein. Hashtag TeasyArmy. Was habt ihr für Noppen-Schaum im Hintergrund? Haben wir bei Schaumstofflager damals gekauft. Bikeballer-Hautenfünfer raus euch vorgelesen. Ja, Jungs, wie gesagt, Daumen nach oben da lassen. Abonnent des Kanals sein. Hashtag TeasyArmy. Dann habt ihr die Chance auf einen Fubi von VGO. Also, ich zieh den Handschlag durch, ne? Hä? Was gönnt ihr? Das ist einfach zu abgehoben. Geht nix, ja. Gestrandet. Tja, dann einmal die Hand her, bitte. Komm, gib mir eure Chance. Ich war abgehoben. Ich war jung oder ein. Richtiges Battle jetzt. Okay, komm, dann brech ab. Das war aber schon. Eigentlich hätte ich gesagt mal einer verdient. Hätte auch gut werden können, so ehrlich. Ja, das haben ja nur drei Doppel gefehlt. So, Freunde. Habt ihr auch die Chance. Bis Timo, bisschen wieder starten. Daumen nach oben da lassen. Abonnent des Kanals sein. Hashtag TeasyArmy rein. Hast du ja clever gemacht mit deinem Gewinnspiel. Tja. 50er VGO, da haut mal gern was raus. Da haut mal gern was raus. Hat mich noch die letzten Gewinner schon rausgeschickt? Müssen wir mal gucken. Ich glaub, die Meister haben bekommen. Ich glaub, den letzten Gewinner in dem einen Stream, weiß ich gar nicht, ob wir den noch abgeschrieben hatten. Aber ich glaub ja, ne? Brecht bitte ab, Digga. Er brecht wieder nicht ab, Freunde. Er will sich vom Battle drücken. So, Jungs. Letzte Chance. Daumen nach oben da lassen. Abonnent des Kanals sein. Hashtag TeasyArmy. Kuro, zu eurem ersten Mal. Benetis gezogen. Den kleinen Hoden Kobold. Ja, den haben wir ja auch gezogen. Alter, Munai machen gern, du Kumpel, oder? Geil. Geil. So, Freunde. Letzte Chance. Daumen nach oben da lassen. Abonnent des Kanals sein. Hashtag TeasyArmy. Drück ich hier auf Roll it. Nach Timo sein Elfmeter, roll die Maus. Arroganchip, der in der Blatt steht. Oh Gott. So, ich drück auf Roll it. Rettet den Fußball. Hat gewonnen, Freunde. GG. GG. Schreib deinen Insta-Namen am besten hier rein, Digga. Dann können wir den dir direkt schicken. So, jetzt lege ich vor. Richtiges Battle. Meiner war auch ein bisschen halbherzig gebaut. Ja, jetzt wird richtig gebaut. GG, Freunde. Der Zufall hat entschieden. So. Team ab. GG. Gehe ich den vergönnen. Fuck, was nehme ich denn hier? Wie gesagt, Digga, schreib am besten deinen Insta-Namen hier rein. Digga, ich habe so scheiß Aufstellungen. Du musst die hier nehmen. Schon mal wichtig. Okay, Ibra, Bruder. Ich nehme dich mit. Boah. Der Lozano. Oh, der Paul und der Pajrero. Ich gehe auf den. Wieder der Paul. Mit dem Handschlag natürlich. Was hast du für eine Aufstellung genommen, Digga? Ja, es gab, war nur Scheiße da. Paul halt, hopp. Der war absoluter Mist nur da. Kara. Boah. Ach du Scheiße. Aber die Summa hab ich ernst, ne? Ach du Scheiße. Digga, die Aufstellung hat mehr Links als Benji Q hat. Ja, was soll ich machen? Es war nichts krasses dabei. Boah. Der Poker ist immer noch, ne? Der Poker immer noch. Och komm, also bitte. Also ich bitte dich. Der hat nur absolute Kacke dabei. Was soll ich mit dem? Kannst du ja auch vor dir hier stellen. Nehm halt mal mit. Wichtig. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Lineker, Bruder. Markus Dolberg. Haut den Elfer raus. Moin Jungs, feier euch. Streamt ja Freitag. Sieh klar, Bruder. Das Kanal ist hier. Der strafft sich grad. Alles grün gemacht, der Bruder. Passt sogar. Muss ich mitnehmen. Boah. Mann, 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 Mann. Das hat auch nichts. Ach komm schon. Stark, Jan. Ich muss irgendwie Chemie jetzt hinbekommen. Ich muss den Weg schon gehen. Was war's? Rest in Peace, Simon. Guckt euch das an. Guckt's euch an. Digga, es gibt einen 190er, das ist gut. Holt's schon ab. Ich hab gar nicht getauscht. Ja, jetzt ist es vorbei, Bro. Oh nein. Ja, 190er, hasse. Hättest du noch was gebracht? Guck. Ach, ich bin so dumm. Natürlich hättest du noch was gebracht. Ich hab schon eine 819er raus. Oh, ich bin aus den Titastik gekommen. Seine zu Assi. Nein, Bro. Komm, seine zu Assi. Der Chat entscheidet. Der Chat entscheidet. Ich bin aus den drauf gekommen. Sollen wir es akzeptieren, dass er hier betrügt? Dann, äh, Daumen nach oben. Oder Daumen nach unten und es zählt die 190. 101, ja. Guck, ja. Danke, Freunde. Danke, danke. Der erste Daumen, der reinkommt, zählt. Ja. Ist Daumen nach oben, der zählt. Ehre, Brüder. Ehre, Brüder. Ah. 3-4-3. Warum wäre 3-4-3 flach? Keine Ahnung von Druffs. Das ist ein Problem. Ja. Es geht mal da vor und zieht direkt so ein Kräuf oder irgendwie sowas. Uh, uh. Quarella. Ich bin neben der Quare. Naja. Wenn soll ich... Okay, komm, wir gehen ins Risiko. Komm, scheiß drauf auf den Handschlag. Da. Und schon zack abgeriegeltes Ding. Entschuldige. Jetzt ist er im Begrenzer drin, der Bruder. Ah, wow. Oh, da kommt er aber allein. Ist auch kein gutes Zeiche. 8 Uhr Zeit zum Schlafen gehen. Samson. 8 Uhr Lightning Rounds, wenn wir mitnehmen. Macht mal wieder SBB. Kam doch erst, Bruder. Aber wird am Wochenende wieder eine kommen gegen... Alter, den guten Broski. Gönn Marcelo, Bruder. Auf Ehre. Ne, er gönnt Bernardo. Der Collie. Nimm den Collie mit. Wen? Cololli. Den du. Auf Ehre. Digga. Ihr seid echt geile Typen, aber eure Statistik ist auch echt mies. Ich zeig dir danach was, Bro. Dumm. Was? Ich nehm den anderen mit. Italien. Ich gönne ihn doch. Was will ich mit Italien, Bruder? Hallo. Ich lieb das Risiko, Junge. Wow. Könnten doch noch bei Icons hier, ey. Da, Italien. Mit Siri Gouwer perfekt gewesen. Jason, kannst du Dennis Wefers grüßen? Ehre, Männer. Grüß dich, Bruder. Alter, wie gönnen die denn? Cheater. Alter. Alter. Moin, Digga. Alter. Bruder, was gibt das für ein Draft, der zwar kackst nicht, ne? Radding. Ich brauche noch ein Ding, wäre jetzt übertrieben gut, ne? Ein 98er Maradona. Boah, der ist aber auch perfekt. Fuck. Dire. Florian, dicke Fähre. Äh, Kembo Mbembe, musst du immer mitnehmen. Jetzt choken die so hart. 94 steht schon wieder oben, ne? Ach, du Scheiße. Was? Ja, geht noch. Öh. Ne. War irgendwas? Jungs? Irgendwas passiert grad? Irgendwas passiert? Ich habe nichts mitbekommen. Der haut ab, der Hund. Der haut ab. Das Uelschloch haut ab. Bewegung im Büro. Der geht stiften, der Hund. Ich habe den Kollegen mir kurz Barte geschickt. Kurzer Statement dazu, Simon. Der Wichser ist weg. Er ist einfach weg. Gleich höre ich, wie der Motor vom R8 angeht. Und dann ist er, ah, da kommt er wieder. Ganz betröppelt kommt er wieder ja rein. Komm rein, mein Freund. Er macht es einfach schon wieder. Der hat einfach so kranke Sachen bekommen, ne? Was ist das? Dein Stuhl ist abgefallen, ne? Wo? Ist das ein Anschlag, oder was? Ich brauche mal einen Schraubezieher. Lala RV bringt nichts. Was meinst du? Besser machen, oder was? Ja, wie soll ich ihn noch besser machen? Mobilweb, wie? Pfff. Lala gibt minus 8. Ach, es ist mies. Alles klar, Python, danke. Und jetzt hol dir trotzdem ein Rating nicht hoch. Krass, aber du hast echt krasse Karten gekriegt, ne? Das ist einfach Skill. Weder markant ist, oder markant ist nett. Die, die mit PK. Aber bringt dir ja nichts. Was bringt's, ne? Rating geht nicht hoch. Ja, genau. Wie war das noch mit dem Sortieren? Das bringt absolut gar nichts. Das muss nur hier auf der Bank sein. Schade, dass ich der 8-Schlüssel hat. Hatte ich mir weggefahren. Team Simon, danke Walter, danke Walter. Timo ist für die Drafts da. Ich bin für die Pax da. Geht echt nichts mehr, ne? Mhm. Ich weiß nicht wie. Das ist zu krass, Freunde. Das ist echt zu krass. Fertig. Gib jetzt den Handschlag auf Nass. Ach du wolltest den Schlag, sorry. Entschuldigung. Ich wusste es nicht. Treff doch, komm. Hey Jungs, hallo! Ja, treff doch. Was ist das? Was ist mit dir los? Dann treff doch auch! Du Pussy. Ich hab mir Assi am Daumen weggenommen. Ich hab mir Assi am Daumen grad weggenommen. Ich hab mir grad Assi am Daumen... Wie hat er sich den Daumen... Wie hat er sich den Daumen in seinen Sack reingeschlagen grad? Ich hab mir Assi weggemacht, Alter. Ey, ich hab mir Assi weggemacht. Du bist ein dreckiger Hund. Dafür nehm ich gern zwei. Dafür nehm ich so gern zwei. Die Jungs, für die Aktion nehm ich so gern zwei. Ich hab mein eigenes Daumen am eigenen Bein umgewogen, Alter. Komm, Schlag zu! Dafür hab ich zwei. Ja, hast du. Zwo direkt hintereinander. Jetzt hör wirklich auf. Das hat sich weggetan. Hör wirklich auf jetzt. Ey, du musst aber auch sagen, es war gut, oder? Das ist wahrscheinlich nur gut. Aber jetzt hör auf. Ja, ich hör auf. Okay, gut. Hör auf jetzt. Ey, wie langt das jetzt die Scheiße? Hör jetzt auf. Das sind jetzt drei Schläge. Jetzt hör auf, Alter. Das sind drei Stück. Jetzt hör wirklich auf. Okay, ich glaub, ich zieh mir das Ding auf. Dann seh ich es. Okay? Drei Stück. Drei Stück. Drei Stück. Ah! Hand raus. Moment, Moment. Hand raus. Ah! Augebinde runter. Ah! Ah! Aua! 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 Das hat sogar mir wehgetan! Eiswirfel, Eiswirfel! Das hat sogar mir wehgetan! Aua! Dahinde steht er! Aua! Fuck, das hat sogar mir wehgetan, alter! Aua! Fuck, bist du bekl... Aua! Das hat echt wehgetan! Digga, das war der... Das war der härteste Handschlag! Das hat... Das hat auch selbst mir wehgetan, Digga! Das war der härteste Handschlag! Digga, es war der härteste Handschlag, den ich je kassiert hab! Du musst aber auch provozieren, ne? Ach du Sche... Der eine war schon so auf dem Nagel da drauf, Aber das andere Ding! Jungs, wir sind für heute raus! Also ich kann mit der Hand eh nix mehr machen! Erstmal kühle! Ich würde sagen, wir gehen alle rüber zu den Weppis und schreiben dort rein! Nagel genommen! Bei den Weppis rein, Jungs! Wir sind raus! War richtig lustig! Haut rein! Wir sehen uns das nächste Mal Donnerstag wieder live mit Teambau! Und Rewards Elite! Und Rewards Elite! Elite Rewards am Donnerstag plus Teambau! Haut rein! Schönen Abend noch, Jungs! Bye, bye! Ciao, ciao! Mach mal am Donnerstag dann... ... ... ... ... ... ... ... ...